Ah, ähm, hier. Hallo. So. Ihr hört mal mich schon mal. Aber beim Sehen, da gibt es auch ein kleines Problem in der Facecam. Wie kann das sein? Es ist schon zugeschnitten, sonst würde es ja so aussehen. Aber ich habe doch gerade davon halt alles mit aufgenommen, da hatte ich gar keine Probleme. Das ist eigenartig. Trinken brauche ich auch noch, aber wie, oh wie. Ähm. 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 das äußerst eigenartig geben muss mal so zusammenschneiden so anschließend ach ich hasse sowas rechts haben wir mal 2 8 0 da muss ich schon 300 330 muss ich ja so spielen ich sitze aber hier ok was irgendwie so spielen ich hab doch nichts verändert seltsam naja machen wir erstmal spüles und wenn man nicht das schlechteste auf diesem planeten wenn man was hören könnte da 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 anschließend kommt hier noch mein sound drauf Klappt natürlich nicht. Ja, schön gewesen. Da sind wir. So, jetzt geht was. Wieso habe ich kein zweites Mikrofon? Ich habe hier 50 Millionen Soundspuren. Und ich weiß nicht warum. So, das passt, das passt. Ein bisschen leiser vielleicht. Aber dann hört man es nicht mehr. Aber ich denke mir, so passt es schon. So, dann haben wir das Ganze mal ganz kurz bei Okay, dann gehen wir erst mal hier rein. Bei der Bottischen Akte würde ich aber eigentlich nichts mehr machen. Ich habe die Seite ganz gerne mal offen. Für Eventualitäten. Oh, jetzt gibt es auch Mörbs zu verkaufen. Aha. Aha, interessant. Man kann es auch irgendwie auf dieser Seite Merchandise verkaufen. Das es mir noch gar nicht gibt. Das ist eine gute Sache. Gut, ich würde jetzt auf Dings und Dings gehen. Wir sind gerade live. Relativ wenig sogar. Er spielt noch, wie ich finde, relativ viel erklärte Borderlands 3 gerade. Ich dachte, das wäre jetzt der übelste Shit. Da spielt das Gefühl gerade gar keiner. So, haben wir da ganz kurz mehr raus. Ab in eine neue Welt in Joshi's Island. Jetzt live. So ein cooler Track. Ah, es ist doch CopCraft. Dachte ich mir schon. Oder für eine Minute announced. Ah, geil. Ah, da bin ich gehypt drauf. Und auf Darmat G2. Gibt es auch bei Anime on Demand jetzt? Ah. So, eine Minute teile noch ganz kurz. So, gut. Jetzt wird alles veröffentlicht. Alle wissen Bescheid. Dann trinke ich noch ein Stück. Und dann geht es hier gleich los. Übrigens habt ihr den schon gesehen. Meine Powerbank. Einfalte mit Erdbeere. Sieht man erst im 2. oder 3. Berlin Vlog Video. Aber wie auf Twitch exklusiv schon ein paar Tage vorher. Es muss einmal exklusiven Content hier geben. Hilft alles nichts. Und sieht auch schön dekorativ aus. Speichert zwar nicht zu viel. Aber sieht ganz cool aus. Also ich muss echt sagen. Mittlerweile steige ich Eistö mäßig. Viel mehr auf Zitronen. Also auf Pfirsäger in letzter Zeit. Also. Zitroneneistö hat schon seine Daseinsberechtigung. So. Gut. Aber ich würde sagen. Wir legen langsam mal los hier. Welt 4. Ich hoffe gerne Welt ohne diese blöden Affen in der dritten Welt hier. Jetzt mal hier reinklicken, dass ich wieder steuern kann. Ich habe viel lieber Fullscreen. Äh da. So. Noch ein bisschen größer. 1 cm mehr. Geil. So. Denn wir hatten eine dritte Arbeit. Diese saublöden. Hier sieht man sie. Diese Affen. Der habe ich gehasst wie die Pest. Ich hoffe, die gibt es ja nicht mehr. Ich bin laufend in Baby Mario. Das stimmt mich doch sehr fröhlich. Also. Gehen wir rein. Welt Nummer 4. Booyah. Koopa Kommando. Bin ich einigermaßen mit, Dick? Ja. Dem. Dem. So. Schlucken wir hier. Das ist ein komischer Goomba. Gleich will ich den mitnehmen. Der sieht ja komisch aus. Oh. Vorsichtig. Er kommt. Auffassen. Du kommst mit. Wow. Und da. Sieht ja sehr seltsam aus. So. Oh. Boah. Choreografie sein Großvater. Und. Badabum. Sehr schön. Oh. Hab's noch erwischt. Sieht bisher sehr hügelig aus. Nein. Ah. Ah. Alles gut. Nein. Ah. Gott. Gott. Like. In your face. Gott. Da braucht man Reaktion des Todes. Da sagt man keiner. E-Sport ist kein Sport. So. Sieht schon ein bisschen gemütlich aus. Agenda. Die kann man nicht runter schlucken. Oh. Das war cool. Kann ich aber nicht mehr mitnehmen. Oh. Trickshot. Nicht gewollt. Aber geschafft. Ah. Ich wollte noch einen blöden Witz machen. Ah. Ah. Verdammte Kacke. Nein. Ich wollte gerade sagen. So nicht gewollt, aber gemacht. Wie die meisten Kinder wahrscheinlich. So. Witzes draußen. Jetzt wirst du noch um die Ecke gebracht. Boom. Ich frage wieder ein bisschen Nachschub. Hallo. Bisher keine Frames verloren. Ah. Let's go. Der ist auch noch weg. Wunderbar. Schaffen wir den Sprung? Ne. Oder von da? Ah. Kann er nicht. Ah. Sehr intelligent. So schießt man. Ich kann vergessen, wie man schießt. Ach, Mann. Jetzt aber. Wir müssen alles zurückholen. Mann, das heißt jetzt auch, da kommen mehr so viel Frass, da kommt glaube ich sogar 8 daraus. Ist schon stark. Der Schuss war auch stark. Oh. Das war stark. So. 23 Stück. Da war ein roter. Bam. Vorsichtig Das sieht um die Hosen aus Ah, verdammt Oh Gott Immer schon alle einsammeln Weil jetzt nie mit der Rote dabei ist Gott, was mag ich hier Was habe ich jetzt gemacht? Alles gut Nein Ah Das sieht mir viel zu viel Ich bin zu alt für sowas Ah Okay, will ich raus? Ich weiß noch nicht Da war ich noch gar nicht Bruder Ganz ruhig Ah Da war ja noch mal nichts Alles gut Blümchen That's nice Gott, das ist geil Komm raus Frozen Was magst du? Raus hier Das geht nicht gut aus Das sieht äußerst gefährlich aus Sternkreis Sonst haben wir 20 Könnten schon längst 30 sein Naja, das ist nix Das war nix Oh Oh Oh, nicht diese Dinger Die mag ich nicht Oh 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 Gott, zwar mit Gegner Es ist so schon krass Also gar nicht erwischt Gott Gott like Nein Nein Also gar nicht erwischt Oh 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 Nein Oh Gott Du bist nirot, oder? Natürlich nicht Umsonst, da ist dein Leben riskiert Boah Das ist immer so krass Ich glaube, ich habe jetzt zu viel übersehen Aber egal Ich mag diese komischen Gaswolken oder was das sein soll Oder nichts Ich weiß nicht Ist mir echt sehr suspekt Das Ganze So, jetzt haben wir aber 30 voll 28 29 Huch, was ist das hier? Ah, der Super Sternzen Super, Baby Mario Habe ich schon zehnmal gemacht Aber jetzt kommt das Tutorial Beste Übrigens, sehr schöner Schuss gerade Und let's go Oh 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 Oh, ne Blume Stark Das ist der nächste Nein Nein Ach Bienchen So fett der auch noch Was ich glaube Das müsste auch noch eine sein Wer hätte das gedacht? Nein Positiv Egal Ich habe zumindest fünf Blumen Wenigstens das habe ich Und kein Bruno Spiel Belastend Nicht mal alle Münzen Starker Start in die Welt 91 Punkte Das war 4-2 Come at me, Bro Come at me Niagara Höhle Höhle Wenn ich das schon höre die Musik Reicht es mir jetzt schon Warte, diese Geräusche Das ist noch eine Unfassbar Man fasst es nicht So, wo muss ich jetzt rein? Da Die äußerste Zum äußersten Rand Muss ich Gott, so viel Ich komme ja gar nicht hin Ich muss nach rechts gehen Nein Oh Gott, diese Reaktion Was machst du da? Weg mit dir Der Schmutz Was machst du da? Das ist ein sehr komisches Geräusch Die sind auch komisch Aber man kann es auch einfach Pow Destroy Du bleibst hier Kann ich hier hochspringen? Ey Sehr schön Man kann sogar hochspringen Genau Haarscharf Hup Äußerst ungünstig Geh weg Ah Oh Bin ich nicht da jetzt? Nein, geh weg, geh weg Geh weg So Ich denke mir, da ist der Schlüssel drin Hm Da trifft du nicht hin Vor allem, wie sieht er mich durch die Das ist eine Mauer Wie kann er mich da durchsehen? Da ist ein Blümchen Und jetzt Ah, so Lebensmüde Ausgespuckt Wie Müll Das ist ein ekliges Geräusch Oh Habt ihr jetzt rausgeputzelt? Also so ein Paublock Man sieht nix Ne Weiß nicht, was das sein soll Genau reingesprungen Wo gibt's denn sowas? Kann man denn genau reinfliegen? Jetzt hab ich keine Hatte doch so viel Muss wieder nachladen Äußerst ungünstig So, das reicht schon Und anders gesagt Ich hab keine Zeit mehr länger Zu warten Das hat noch keiner Einfach getroffen Auf Ehre Genau da drunter So Durch hier Hoch eine Erklärung Für was denn? Der Flatterflug Kannst du B drücken Und nochmal zu flattern Du kannst ein Hirsch Längere Luft halten Weil mit der Flatterflug geht das Das mag ich schon seit Vier Welten Nein Was magst du denn? Ich kann nix machen Da hab ich jetzt den gemacht Ich hab nicht mal nach unten gedrückt Ich hab fünf Rote Münzen verpasst Ehrenlos Aber ich hab noch Eier Ehre verloren Aber ich hab noch meine Eier Das ist das Wichtigste Aha Und wir kommen Ich da jetzt hoch Das wär jetzt mir ein bisschen Wichtiger zu wissen Kann ich das nochmal machen Das wär Ehre Geht sogar stark Geh ich nochmal Ich weiß gar nicht wo ich bin Da Ich weiß gar nicht hab. Alles egal. Ah. Jetzt check ich's. Aber das ist schwer zu treffen. Ich muss jetzt ungefähr da stehen. Boah. Physik 300. Äh, 1 plus. Kommt ich da vorbei? Oh, da nicht. Erst mal reinrennen. Lass mich raus hier. Ehrenlos. Raus hier. Gott. Ich hab definitiv zu wenig Punkte wieder. Ich hoffe wenigstens da alle Blumen. Mir auch. Ich hab mir zu der einen nicht hin. Und ich kann dich nicht ausspucken. Was ist denn los? In der Welt ist mega der Wurm drin. Gott, wie soll ich denn da hinkommen? Ehrenlos. Da hab ich keinen Schlüssel. Ich komm nicht mehr zu der Party. Gott. Wo schmeißt mir nix hin, Kollege? Ja. War auch nicht. Das sind bestimmt... Ja. Aber zum Beispiel mal 920. Gibt's dir das hier? Glaub ich hab's kapiert. Oder auch nicht. Nee. Glaub ich hab's nicht kapiert. Erwischt. Jetzt bin ich ja ganz am Anfang. Oder kann das sein? Ich komm nicht mal hier durch. Ist grad ein bisschen sehr ferventier. Stark. Und hier noch. Hier kommt so der nichts hin. Ah. Ich hätte noch eine gebrauchen können. Vor allem jetzt. Ah. Ja, die eine fehlt. Ich hab von keinem alle. Nicht mal ein Bonus-Spiel. Die eine Stirn. Die fünf Münzen. Und die eine Blume. Das hat alles gefehlt. Was soll das? Naja. Weiter geht's. Vier, drei. Ah. Das waren die. Ach Gott. Das ist ja ganz cool jetzt. Ich freu mich jetzt schon direkt. Ich glaub es gibt jetzt ein bisschen mehr von diesen... Genau. Drei, zwei, ein Hubs. Passagen. Ich muss ganz kurz was trinken. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Bis jetzt schon mal 10 Punkte. High-Square. Sehr gut. Da, 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 da. Das war jetzt geil. Oh. Ehre. Oh. Werde mit? Oh. Hallo. Was bringt das? Ich weiß nicht. Oh. Wo bin ich denn hier? Das hab ich komplett verkehrt gemacht. Ab mit dem Tod. Und ich brauche hier meinen... Eine Sekunde. Das Ende des Kabels. Steckt mir schon, kann das sein? Mal gucken. Keine Ahnung. Ich red's zumindest nix. Okay, das nervt jetzt. Das scheiß Kami. Jetzt. Ich neuro. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein anderes Problem kam. Ich glaube, ich habe es schon... Okay. Die Lampe geht gerade nicht mehr. Das ist geil. Das finde ich gerade sehr schön. Ah, ich kriege gerade echt einen kleinen Haus. Aber ich kriege gerade noch auf die App. Ah, jetzt geht's wieder. So, perfekt. Wunderbar. Okay. Okay. Jetzt geht's. Okay, nochmal. Ich hatte gerade ziemlich Käse. Hard- und Softwareprobleme. Eins ist schon schlimmer, wenn man beide hat. Ich glaube, man muss das so machen, irgendwie. Ich glaube, so war das ursprünglich gedacht. Das hat Intelligenz. Aha. Oh. Oh. Das hat jetzt ein hartes Sprung. Oh. Da ist auch eine Blume. Okay. Wie kann ich... Das war dieser komische Kreis da. Ich weiß nicht, was der bedeutet jetzt. Okay. Ich spiele mal langsam nach oben. Geht das auch so was? Ah, noch ganz ein bisschen verleicht. Vielleicht sind auch noch. Ah, das ist eh die Plattform schon. Oh. Und ich kann das nicht drunter schlucken, das ist so schlimm. So, safe. Und du kommst... Au. Mit. Du kommst mit. Und... Ab nach oben. Und ich glaube, der Kopfhörer geht wieder. Ach. Was mache ich denn? So, jetzt würde ich meinen Bus hinterher schauen, wie er von mir wegfährt. So ungefähr dasselbe. Ich höre immer irgendein Gerät aus und wieder einstecken. Ach. Gut, dass ich da war. So ein 2M. Jawoll. Alleinstehender ist immer rot. Wie bei einer Party. Wenn einer alleine irgendwo besoffen rumsteht, ist er rot. Ist immer so. So. Also ich spreche jetzt nicht von mir, aber ist öfter so. 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 Perfekt. Was haben wir hier drin? Mal nachgucken. Eierchen. Eh. Aufflug, Yoshi. Äh. Yoshi, Kopf. Da! Da-dan, da-dan. Da-dan... Das ist stark. Sreibt. So. Ah. Nicht so weit! Kann ich nichtsataolen. nochmal Yoshi-Copter machen? Natürlich nicht. Es ist bestimmt jetzt ein paar rote Münzen drin, wo ich jetzt nicht mehr hinkomme. Beste. Beste. Gehst du nach unten, Yoshi? Danke. So, die kann ich jetzt zweimal berühren. Sagt schon der Hausverstand. Oh. Secret. Ich glaube, die geht sehr vorsichtig. Oh. Die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das ist. Oh. Wo kommt der denn jetzt her? Hey, wo kommt der Kami jetzt schon her? Bin auch zehn Jahre zu früh. Ah, die kann ich essen. Okay, der eine rote, der ist ungünstig. So. Du kommst mit. Fass getroffen. Oh. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Rote Button. Ah. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Aber ich versuch's. Oh nein. 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 Ah, das geht's ja auch. Okay. Was mach ich da? Und ich treff nicht mal. Das sah jetzt grad extrem verpackt aus. Aber es sieht. Ja. Getroffen auch noch. Da kommen wir schon auf 29. Gefühlt. 28. Na, fast. Ah. Okay, das wäre echt ein Windelsprung. Mann, das magst du da. Ganz ruhig. Und zudem komm ich so. Oder auch nicht. Deswegen komm ich einfach gar nicht. Kann man auch machen. Da, 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 da. Ah, die Mucke ist so geil. 30 haben wir schon mal voll. Brauch ich hier ein Ei. Oder zwei. Oder drei. Mann. Nein, 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 nein. Komm, komm runter. Wie konnte denn das passieren? Das gibt's doch nicht. Hat ja gerade schon 30 zusammen. Ungünstig. Eine kritische Lage. Den kenne ich ja gar nicht mehr. Was ist denn das? Das ist ja witzig. Kann ich das nochmal machen? Nein, die kommen nicht hoch. Ah. Ungünstig. Was lockt sich denn mal außen ein? Ich hasse das. Was ist denn da immer? Ah, ich kann mal runtergehen. Wo bin ich jetzt? Man weiß es nicht. Wieso treffe ich nix? Oh, das sind böse Geister. Ich komme nicht zurück. Ah. Das ist gemein. Oh, das ist gemein. Einfach nicht nur ein One-Up verstecken. Das ist gemein. Man freut sich. Neues Leben. Dann Leben genommen. Boah. Das war jetzt richtig schlecht. Das war jetzt sehr kritisch. Habe ich halt nicht verdient. Das war jetzt schlecht. Wollte ich ehrlich von mir sagen. Das war jetzt echt schlecht. Wirklichstens 80 Punkte. Das wäre ja schön. 78. 80. So. Und dann kommen wir zum heutigen Zwischenboss. Ah. Wie ist der nochmal? Puschel. Das ist ein schöner Name. Puschels Festung. Ah, wieder sowas. Oh. Ja. Bist du des Wahnsinns. Könnt ihr ja auch reinfliegen? Ich glaube schon. Oh. Bruder. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. In your face. Genau. Geh weg. Boah. Das wird sich hier gar nicht mehr. Ich habe bestimmt drei Münzen verpasst. Aber ist egal. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt so um keiner pushen und ein bisschen größer. Schätze ich mal. Da ist was versteckt. Oder nicht? Da ist was versteckt. Auch nicht. Nirgendwo ist irgendwas versteckt. Es ist alles versteckt. Komm schon. Yes. 20. Sehr viele Türen. Die ins Ungewisse führen. Wo geht's da hin? Blauer Pfeil. Verrate es mir. Ha 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 ha. Ha. Ha ha ha. Da ist bestimmt. Eine. Ne. Da ist nichts drin. Müll. Müll ist drin. Also Sterne sind drin. Ha. Ehrenlos. Was aber getroffen. Stark. Ich glaube, die kann man nicht komplett ausschalten. Nur so ein bisschen betäuben. Nein. Ich kann dir schon so viel. Was soll denn das gehen? So. Nein. Das kann man ja nicht ganz hoch. Nein. Nein. Bis zu der Swansins. Please respawn. Perfekt. Nein. Doch nicht zu. Nein. Ah. 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 Nein. Nein. Ich brauche meine Muni. Testsam ist hier so eine Kriste. Ich brauche meine Munition. So geht da nichts. Und wieder hoch hier. Maximal belassen, das Ganze. Und jetzt geht's perfekt, natürlich. Jetzt geht's natürlich perfekt, ist klar. Das ist natürlich logisch. Der kann sehr gefährlich werden. Aufpassen. Ganz ruhig. Das ist nur ein kleiner gröner Kaktus. Da ist ein Schlüssel. Brauche ich einen Schlüssel? Ich weiß nicht, aber ich nehme ihn mir einfach. Weil ich es kann. So. Gib ihm. Oh ja. Kommt bestimmt da rechts raus. Genau. Es gibt also vier Wege anscheinend. Da ist ein Dornweg. Da sieht man auch, was mich da erwartet. Okay, da es da immer Ausgang gibt, glaube ich, dass da oben rechts Lava. Der Boden ist Lava. Lieber nicht. Als Schlüssel komme ich dann da mittig rein. Aha. Aber ich gehe jetzt mal da rein. Gibt es noch so einen Bonus mit dem Schlüssel? Oh Gott, das ist es. Man muss sich bedenken, das ist ein SNS-Spiel. Dieser Super Seven. Nein. Der Ton ist weg. Das kotzt mich jetzt richtig an. Okay, sorry. Ich muss ganz kurz das andere Kabel suchen. Ah. Gefunden. Das dauert jetzt zehn Stunden. Ah. Jetzt sieht es gut aus. Das komische ist nämlich, ich habe da ein Kabel, das passt hier rein. Und es ist hinten angeblich angeschlossen. Aber anscheinend doch nicht, sonst würde ich sie aufladen. So geil kabellose Kopfhörer sind, wenn man sie aufladen muss, sind sie wieder kabelgebunden. Und ich will jetzt jedes Ding 15 Mal aufladen. Das war jetzt Selbstmordkommando. Und so ein Witziger. Und so ein Witziger. So, jetzt geht es auf jeden Fall. Ich mag wahrscheinlich eh nur noch dieses Level und dann belassen wir uns wieder mal dabei. Denn ich finde, ja, pro Stream eine halbe Welle ist schon mal ganz okay. Das sind die Streams, beziehungsweise die späteren Videos auf YouTube nicht gar so stundenlang. So, dann magst du mal eine Stunde oder so, ist auch ein bisschen besser zum Ansehen. Und ich kann es auch ein bisschen besser einteilen zum Stream. Sprich, zwei Streams, eine Welt. Das sah als episch aus. Und es gab keine Eier mehr. Das ist ungünstig. Ich hab noch Eier. Was hab ich denn? Oh. Oh, der eine. Das soll jetzt ein Roter sein. Komplett umsonst geschossen. Was ist denn los? Wo geht jetzt die Reise lang? Oh, das war jetzt geil. Wupp. Ah. Geschafft. Da waren zwei Rote. Zu meine Türen. Okay, ich kann schon runter, aber da dazwischen nicht. Boah, das ist gefährlich. Okay, da kann ich noch nicht rein, aber hier gibt es zwei Türen. Es gibt ja irgendwo viel zu viele Türen. Da ist noch eine Tür. Da ist noch ein Schlüssel. Brrp. Und ich komme jetzt auch nicht mehr hoch. Ah. Ah, ja. Jetzt habe ich den Schlüssel im Schlepptau. Kann jetzt da nach ganz links gehen. Oder nach oben, besser gesagt. Da komme ich dann wahrscheinlich bei der Tür links raus. Ne, ganz woanders. Wo bin ich denn jetzt? Ah. Das ist dann der Tür, wo ich noch nicht drin war. Wollen wir mal ganz kurz reingehen. Gibt es hier ja nicht, aber ich gucke mal ganz kurz. Reden, relativ kurzes Level. Oh. Nein. Alles von der Welt noch bei der Nachbar keinen Sternen-Dingsbums war. War ich bei einem Sternenkreis? Wann? Ah, hier. Ne. Das muss ich trotzdem alles noch mal von vorne machen. Das habe ich da vorne. Für meinen Arm zu liegen, Eskabaden. Oh nein, 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 nein. Der Hasskick ist da. Alles noch mal von vorne. Lach nicht so blöd. Alles fun, fun. Alles fun, fun. Das ist super. Das ist super. Oh Oh boah triple shot diese e-sport skills unfassbar ich habe jetzt nach dem level lassen wir es dabei trotzdem erstmal das hier weil das war relativ kurz der abschnitt wenn man weiß wie es geht ist es sehr easy man darf noch nicht sterben das kann nicht wirklich passiert oder warum sind die insta des warum alles von vorn wegen dem blöden ich krieg magensausen weiss ich was ich krieg war kurz abgelenkt ich war abgelenkt wegen meinem handy ist irgendwas aufgeploppt ok er spielt gerade dortmund gegen barcelona mussten mich eines music unbedingt auflernen dass ich jetzt in das fußballspiel reinhören kann und das hat mich so abgelenkt dass ich fast wieder gestorben wäre ich glaube es ist so geworden dass ich in der mitte einfach durchfahre ich glaube so ist es gedacht du machst die ganze zeit schon falsch gut das kann leicht sein eieieiei so und wamm dann kann ich ja nicht oben lassen brauche ich eigentlich nicht unbedingt was das das hätten wir jetzt muss ich sehr aufpassen ich bleibe bei meinen über kreuz irgendwann gehe ich nach links dann gucke ich mal in die mitte ich glaube das ist eh ein bonus spiel weil bei den drei level kommt man ja wieder raus was aber dann mit dem vierten oh das gibt's doch nicht wo kommt der denn jetzt her da kann man wie ist denn nix bei fünf mache ich das level jetzt schon 30 mal bestimmt ich glaube ich hole meinen schluss und gehe sofort da rein das werde ich nie erfahren nein wieso ich bin gekürzt vom ragen viel fällt nicht mehr oh Gott ach dann muss ich den wieder laden rein hier das macht keinen spaß mehr jetzt wird dann ein gegner reinlaufen beste ich kann nicht mal landen was kann ich eigentlich denkt man nicht so viel warm warum sind die jetzt kaputt kann man die so kaputt machen mit der normalen stampfattacke okay das ist schon ein bisschen low ich habe das selbe bei keine lust mehr vorsichtig springt das war klar sofort eliminieren das kann ich eigentlich so da kommst du gleich mit du kommst mit du kommst mit also sofort in die Mitte rein ich will wissen was da ist ich glaube nichts geiles aber ich gucke mal ich brauche noch einen Schlüssel da ist schon der letzte Schlüssel drin es gibt noch einen zweiten Schlüssel wow das Rätsel wurde gelüftet bestimmt ist bei jedem ein Schlüssel drin langsam laufen Kaube der schießt sich sofort ab wo er mich wieder austricksen tut da ist es nämlich schon äußerst gemein gefährlich fällt einfach so ein Ding vom Himmel boah da ist auch knapp das ist auch nicht schlecht das sind doch Eier daran ich sehe sie glaube ich habe alle Einer fehlt nein da ist nichts drin nein war ich nicht beim weiteren neuen Sternkreis Kreis Kreis ja ich soll jetzt meine Tasche mal gespeichert das ist schon mal nett Gott Gott wie oft ich bei dem blöden Level da schon gestorben bin genau das ist schon offen haben wir schon mal einen Teilerfolg boah boah wie schwer das ist es ist ja nicht direkt schwer es ist einfach nur irgendwann habe ich einfach keine keine Konzentration mehr boah wo ist die Glattfam da 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 wow und straight und das war jetzt ein cooler Schuss da muss ich ungefähr in die Mitte treffen wenn der Pfeil nach oben zeigt so so geht der Hase oh nein das ist gemein wisst ihr was ne gut da kann weniger passieren das sind kleine Lücken und das weiß ich ja auch schon na grad habe ich auch alles denn beim linken ist es ja auch zu und so kann man sie auch machen haha ich gehe trotzdem mal runter einfach weil ich es kann einfach weil ich Bock drauf habe und jetzt sterben ne da war ich noch nicht drin wo komme ich da denn hin eigentlich da war ich noch nicht drin boah boah nein ah ja wow hätte ich es nicht gedacht dass ich da raus komme jetzt bin ich hier fertig mit tatsächlichen neuen schlüssel bestimmt brauche ich da setze ich die ich komme vier schlüssel jetzt habe ich schon den zweiten springen schlüssel schön ist das wieder natürlich mit schlüsselloch wow so wenig hellseher wir ich muss sagen von den ich sag mal der zweiten Hälfte des Spiels weiß ich ja nicht mehr so extrem viel immer nur die ganzen das meiste ist echt nur von der ersten Welt ab zweiter dritter wird es schon schwierig und ja vierte fünfte sechste Welt weiß ich null jetzt gehe ich da mal rein das wird auch uh sieht hot aus oh das kann überall Lava sein das ist das Problem ich glaube dann muss ich jetzt in diesen Eimer mitschwimmen erst mal treffen dann schwimmt er noch mega langsam in den Eimer oh jetzt hätte ich es gewusst wo bin ich jetzt wieder das ist doch jetzt ein Witz oder das ist doch jetzt ein Witz oder jetzt muss ich das alles nochmal machen weil ich glaube dasselbe bestimmt drei Stunden brauchen und die Plattform traue ich schon dreimal nicht nein 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 und bei mir und bello oh nix getroffen Oh, das war jetzt knapp. So. Oh. Absprung. Eingesaugt. Könnt ihr? Sofort nach links. Jetzt fahre ich ihn nach rechts, so. Oh. Oh Gott, bin ich lebensmüde manchmal. So lebensmüde. Dann mache ich wieder mal meinen kleinen... ...meinen kleinen Trick hier. So geht das. Weg aufsperren. Ich weiß nicht, ob ich nämlich zwei Schüssel tragen kann. Das ist nämlich das Ding. Ich weiß es nicht. Da, 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 da. Wo soll ich erst mal... Ne. Wo soll ich hier wieder zurückgehen? Oben rechts war ja auch noch was. Soll ich da mal reingucken? Ich guck mal. Zurück gehen kann ich immer noch. Sieht auch nicht so ungefährlich aus hier. Was ist da jetzt passiert? Was ist mit dir denn los? Boah. Ganz ruhig. Ah, so ist das gemeint. Das ist geil. Ah, die kann man auch töten. Wusste ich jetzt gar nicht. Das ist ein Ei. Ich brauche ein Ei. Gehe damit. Das war vorher nicht da. Reicht das zum rauskommen? Ja. Du bist ein Ei. Du bist... Ah. Nein. Mein perfekter Highscore. Das brachte sein... Das ist abzuschießen eigentlich. Gar nichts. Das brachte nichts. Vorsichtig. Die können böse sein. Gönn dir. Oh. Nichts gesehen, aber gesprungen. Die Definition von Lebensmittel. Bitte. Was soll ich denn da zu machen? Ah, okay. Ja, wusste ich nicht. Ah, Lungen-Schlüssel. Oh, oh, oh. Komm. Nein. Weil das schon ganz geil wäre jetzt. Nein, 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 nein. Puh. Da geht es dann wahrscheinlich wieder raus. Ah, man geht durch die selbe Tür wieder rein. Ah. Aha. Ah. Okay. Bleibt nur noch eine Welt übrig. Ich gehe mal rein, in der Hoffnung, dass da ein Sternkreuz ist. Sternenkreis ist. Dass ich ein bisschen abspeichern kann. Das wäre nämlich sehr nett. Habe ich auch noch gar nichts. Braucht ja auch nichts. So. Jetzt wirst du nur noch einer fehlen. Ich mache es lieber so. Ne, da ist keiner. Boah, jetzt sterben. Der absolute Tod. Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein. Aber dann bin ich schon sofort gestorben. Das ist das Problem. Das ist Munition. Danach sofort rein. In den Pit. Erstmal abkühlen. Kurz Pause drücken. Oh, übrigens gute Statistik. Sehr stark. Boah, da 100 Punkte. Das wäre mega. Aber die kann man nicht schaffen. Schätze ich mal. Das ist safe. Da gibt es Eier. Eier gab es schon genug. Das ist das Problem. Das ist immer so sauknapp. Die Räder hier sind cool. Da habe ich keine Probleme. Aber die Eimer befinden sich so langsam. Da hat man ein winziges Zeitfenster. Und ich krasse, ein winziges Zeitfenster. So. Ganz gechillt. Das geht auch. Ui. Das wird jetzt krass. Aber jetzt geht. Okay. 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 Ah, okay. Wusste ich auch nicht. Oder nicht mehr. Nein. Boah. Nee. Ach, nee. Gleich macht sie erst das Feuerlevel. Wenn dann beiden gehen ja einigermaßen. Sag ich mal. Boah, ist das schwierig. Ohne Witz jetzt. Vor allem kann man da nicht immer zwischenspeichern. Heißt das auch, dass ich... Ich versuche mal was. Wenn man das vorher weiß, ist das... Bisschen einfacher. Soll ich Feuer spucken. Cool. Hallo, Ibums. Glurak. Passt denn. Ja, Schüsse am Grunde auch nicht nur Saurier. Drachen. Ding. Den kann man auch essen. Geil. Du, 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 du. Das mach ich, glaube ich, lieber so. Nein. Ah, nein, 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 nein. Das geht mir alles zu schnell hier. Ich bin nicht mehr in dem Alter, wo das so schnell geht. Das ist das Problem. Ich bin nicht mehr in dem jugendlichen Alter, wo man schnell reagieren kann. Ich bin ein Greis. Ist leider so. Ich hatte es auch nicht gewusst, dass da von hinten jetzt einer kommt. Das ist ein bisschen gemein. Das ist gemeingefährlich. Was war das jetzt? Ich weiß nicht. Boah, wie lange bin ich bei dem Blünen Level schon dran? Halbe Stunde. Das gibt es doch nicht. Was, ob das so schwer ist. Anscheinend schon. Ich fühle mich jetzt mal das Geistige ein bisschen herausgefordert. Das ist, ja. Nochmal. Boah, diese Punktlandung. Boah. Hat er fast schon Speedrun-Qualität hier. Gibt es eigentlich Speedruns von Yoshi's Island? Boah, die würde ich gerne sehen. Das wäre cool. Gibt es bestimmt irgendeinen arbeitslosen Amerikaner, der nichts zu tun hat und da nur Yoshi's Island spielt. Bis zum bitteren Ende. Gibt es bestimmt. Oder ein Japaner. Damals aber eher casual. Wobei... Oh, ich dachte schon, ich erwischt ihn nicht mehr. Wobei ich schon gesehen habe, bei Speedruns sind Amerikaner viel krasser unterwegs. Na, komm her. Ich wollte mich wieder eiskalt wie überrascht. Kleiner Ganobe, du. Das wollte ich vorher machen. Ah, das geht ja auch. Okay. Bruder, was ist los? Boah, ich... Ich drehe noch durch hier. Ist das so schwer oder was? Ich verstehe es nicht. Dann werde ich das schaffen. Beim nächsten sterben muss ich das... Ich will gar nicht dran denken. Das existiert nicht. Es gibt keine Galaxie, wo sowas passieren kann. Das kriegen wir so hin. Übrigens, kein einzig ausgelassener Frame. Wunderschön. So soll es doch sein. Muss ich überwarten, bis er kommt. So. Komm mit. Komm mit mir in ein Feuerland. Boah, das war jetzt schön. Boah. Erwischt. I got you, girl. Boah. That speedrun, though. Der ist stinkend, wenn nichts passiert. Aber ich muss ja unbedingt springen. Boah, der ist gefährlich. Der ist sehr gefährlich. Der spuckt Feuer. Das ist auch so ein Glurak. Ne, ein Glumando. Noch schlimmer. Gottes Willen. Gottes Willen. Erwischt. Erwischt. Komm her. So. Nein. Und noch sechs Versuche. Wie viel? 78. Ne, es werden Sterne. Punkte bräuchte ich. Also, dass ich den Level abbekomme. So meine ich. Kann man ja auch nicht irgendwie farmen. Oder sehr, sehr schwierig. Ah. Ich will ja kein Game Over haben. Hatte ich das schon mal? Ich glaube noch nicht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es könnte sehr, sehr, sehr bald dazu kommen. Ich meine, ist es schwer? Ich weiß es nicht. Für mich ist es einfach schwer. Und ich weiß nicht, warum es eigentlich relativ einfach ist. Man kann inzwischen natürlich nicht speichern. Das ist das Problem. So ist alles in einem Rutschlaufen. Und ich weiß es nicht. Du siehst du nicht. So ist es. Und ich weiß es ist. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß es nicht. Perfekt. Uh. Kann man ja abschießen. Oh. Oh. Boah. Grenzgefährlich. Wenn da was passiert wäre. Oh. Boah. Wenn die Pixels töten würden. Das wäre hundsgemein. Ich glaube es vorher geschafft. Das ist eigentlich. Nicht so schwer. Eigentlich. Aber naja. Für normale Menschen. Nicht schwer. Für mich. Herausfordernd. Bis aufs Blut. So. Kommt mit. Wir versuchen es weiter. Erstmal würde ich sagen. Oben rechts. Oben links habe ich schon abgespeichert. Haben wir ja schon. Also jetzt wahrscheinlich die linke Seite. Und dann die rechte. Gab so ist es ein bisschen. Ich weiß nicht. Ob es einfacher ist. Eigentlich auch nicht so viel leichter. Kann man die auch. Es geht nicht. Okay. 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 Nein. Ah. Ah. Oh, wie hätt ich denn das geschafft? Oh, du Bastard. Nein. Ehrenlos, einfach nur. Boah, wie hätt ich denn das geschafft? Aha, ich komme nicht ganz hoch. Man kennt ihn. So, hat sich jetzt voll gelohnt. Vorsichtig. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist so einer. Weil die jetzt weniger das Problem wären. Das sieht man eh schon relativ schnell. Oh. Oh, eine Blume. Ah, die muss man dreimal auf den Kopf treffen. Nein. Bastard. Bitte nicht. Ich habe nur ehrenlos, der Typ. Ich hasse den. Über alles. So. Mitgenommen. Da war noch ein roter dabei. So, das war jetzt easy. Vielleicht noch einer. Gut. Und dann noch der Bosskampf. Ich hoffe, man kann wenigstens davon noch speichern. Ich denke, normalerweise schon, da war ja immer ein Sternkreis davor. Wobei, es waren schon zwei da. Wird da noch ein dritter kommen? Nein. Boah. Was ist heute mit meinen Sprungskills los? So, jetzt aber. Was ist denn heute los? Ich weiß es nicht. So, die Tür ist offen. Fällt mir noch unten rechts. So. Aber normalerweise müsste schon eine davor sein. Dass ich wenigstens da speichern könnte. Sie ist schon fünf nach halb. Sie ist eigentlich schon fünf nach halb. Dauert auch ein bisschen länger als, ähm, ja. Habe jetzt nichts gesagt. Jetzt das Dilemma wieder. Ja gut, es gibt mal zwei, drei Stellen, die etwas schlimm sind. Der ist das hier. So. Die wäre schon mal geschafft. So. Da will wir warten. Und, äh. Fast. Er erwischt. Aber die zwei erwische ich nicht mehr. Boah, da ist er perfekt. Bitte genauso. Nein. 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 Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Wegen so'n verdammten Sprung. Ich bin jetzt ein bisschen im Rage-Modus. Kann ich jetzt nichts verbergen. Ich schaff das heute nicht mehr. Meine Nerven schaffen das nicht mehr. Also meine Nerven schaffen das nicht mehr. Boah, es gibt's nicht. Mir platzt bald irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas platzt mir bald. Und es ist nicht der Geduldswort, es ist irgendein Organ. Einfach konzentrieren, dann klappt das schon. Es ist im Grunde nicht zu schwer. Es ist einfach so viel hintereinander. Und so viele Sachen, die da schief gehen können. Das ist das Problem. Und vor allem diese runden Kreise da. Ich muss nämlich am besten exakt so in der richtigen Richtung und dann auch noch mittig springen. Und die Feuer am besten wegnehmen. Feuer ist nämlich hier litz, leider. Apropos, was ist das Feuer hier? Was ist das Feuer hier? Man hat eh nur genug Zeit, dass man da rüberspringt vor allem. Den kann man vorher schon mitnehmen. Ah, das war jetzt gut. Das war gut. Ich bin gerade irgendwie beobachtet. Ich weiß nicht warum. Ne, ich gebe mir erstmal ab. Oder kann man? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich besser gewesen. Ich hätte ja alle genommen. Man wäre erstmal da durchgegangen. Und hätte erst da mal gespeichert. Ich glaube, das wäre einiges klüger gewesen. Jetzt wieder raus. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal. Ich kann nicht mehr so viel leben. Und ich mache so viel Nerven vor allem. Er geht auf die Seite. Hier kommt der König. Hier kommt der King. Was will ich so tun? Es ist ein richtig cooles Spiel. Ich mag es ja extrem gerne, aber in sowas kommt man leicht in Rage-Modus rein. Für solche Sachen. Boah. Das schaffe ich nie. Geschafft. Unfassbar. Boah. Der Schuss. Einigermaßen geschafft. So. Vorsichtig. So. Weggeatmet. Du kommst auch mit. jetzt. Boah. Jetzt. In seine Strachen laufen. Rüpfes Leben. Nein. Nein. Hat sich mega gelohnt. Nämlich null. So. Trick 13. Ich weiß ja, wo es lang geht. Kabin super. Das freut mich sehr. Okay. Das war jetzt ziemlich easy. Wissen Sie noch, wo ich das schwer fand? Wo ich dieses Level schwer fand? So. Ihr wisst schon, was ich meine, wo ich jetzt gerade drin war. Das Höllenlevel war die Hölle. Jetzt kann ich das Höllenlevel. Jetzt fehlt mir noch das ich sag mal einfache und dann kann ich hoffentlich speichern. und dann muss ich noch den Boss besiegen. Jetzt kommt er auch noch dazu. Da war ja auch noch was. Da kommt ja noch so ein so ein kleines Wuppelchen. Gott, sind die süß aus von vorne. Überhaupt nicht. Da, 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 da. Und jetzt hier oben noch. Nur noch das da oben. Nur noch. Aber da gibt es ja etwas weniger Todesfallen. Man kann zu öfters Mario verlieren, aber es gibt zumindest weniger Insta-Dest-Dinger. Das ist schon mal ganz gut. Oh, die schießen durch. Bist du lebensmüde? Nein. Boah. Alter Kanonier hier. Ich kann genau so schießen, dass mit der nicht in die Quere kommt. Das ist cool. Jetzt treffe ich den nicht. Wie kann man da sich treffen? Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Wo ist der Bastard? Mir fällt es richtig ausfallen. Sorry. Wo ist dieser Scharlatan? Bam! So geht das. Vor allem, wir konnten... Gib ihn hier, du. Du dreckiger Sohn einer. Ich habe dich zurück. Komm her, komm her, komm her, komm her, ja. Ekelhafter Bastard, so. Ich will ja hier werbefreundlich bleiben. Gut, ist bei meinem Kanal eh komplett egal. Aber muss nicht die betreiben. Wie gesagt, hier gibt es viel weniger Insta-Dinger. Gut, 1000 Kanonen, aber juckt mich nicht. Bam! Nur ein paar Stacheln, aber da komme ich eh nichts hin. Aber das war schön. Ah, komm her. Da ist die Blume hin, da ist die hin. Aber kommt jetzt her? Boah. Such ist dick. Ekelhaft einfach nur. Besser in die Ecke drängen. Ah, ich habe alles. Super. Aber noch habe ich es ja noch nicht geschafft. Nicht verschreien hier. Nein. Komm zurück. Pass. Das ist ja ekelhaft. Aber jetzt... Jetzt sterben. Das wäre es jetzt gewesen. Mit Ansage. Sterben mit Ansage. Besser geht es nicht. Ich habe alle roten Münzen. Geil. Das ist schon mal schön. Habe ich schon mal das geschafft. Okay. Ah, jetzt habe ich endlich alle. Ich hoffe, da ist wirklich ein Sternenkreis. Ich hoffe, da ist wirklich einer. Ich habe für das Level jetzt echt über eine Dreiviertelstunde gebraucht. Das gibt es doch eigentlich gar nicht. Bin ich so schlecht oder ist das Level so hart? Ich weiß es nicht. Okay. Hier aufpassen. 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 So. Ah, ist das schön. Bitte Sternenkreis. Ich sehe kein Nix. Ja. Bam. So. Bitte 100. Boah. Jetzt sterben. Gut, das wäre jetzt eh egal. Boah. Okay, das krasse Level jetzt mit 100% schaffen. Ehre. Jetzt kommt noch Kamek. Hi, du kleine Wicht. Puschel wird dich Platz stapfen. Du wirst danach aussehen, als ob dich eine Dampfwahl zerwischt hat. Also ähnlich wie du, oder? Ekel auf die... Ekel auf der Hexerich. Jetzt Kamek eigentlich Mann oder Frau. Ich weiß es nicht. Was ist das da? Sieht aus wie ein Pickel. Pimpelpapa. Boah. Nein. Mein perfekter Highscore. Du ekelhafter Drecksbastard. Äh. Ich soll jetzt nochmal mal... ...meine Auge einsammeln. Sonst sterbe ich. Komm. Gehen. Nein. Es geht echt nur so. Boah, da geht der geile Hexker hin. Nicht unbedingt eigentlich. Nein. Nicht unbedingt. Aber ich kann kein iTunes benutzen. Schade. Oh, da geht der geile Hexker hin. Brrp. Und. Geschafft. Aber ich hätte jetzt 100 Punkte geschafft. Aber die zerfallen so blöd in der Mitte. Aber egal. Geschafft. 80 Punkte Ehre. Aber ich habe es mit allen Punkten hingeschafft. Puh. So. Weiter wird es gehen mit 4,5. Aber. Da die Streamingzeit schon wieder vorbei ist. Es sollte eigentlich nur eine Stunde dauern. Ich war vor einer Dreiviertelstunde. Bei dem Level. Jetzt bin ich hier. Gerade für eine. Also ich habe für die 3. Eine Stunde gebraucht. Und für die eine Dreiviertel. Das ist schon krass. Gut. Dann würde ich sagen. Bei 4,5. Bis. Schätz mal 4,8. Geht es dann mal nächstes Mal weiter. Dann mache ich mir eine 4. Weltweit. Und dann kommt noch die 5. 5. und die finale 6. Welt. Sind ja nur 6. Nicht so viel. Aber. Es geht. Das waren schon schöne lustige Level. Und dann kommt jetzt der nächste. Und was ist das? Ist ja schon klar. Nämlich. Nino Kuni 1 Remastered. Das kommt schon diesen Freitag raus. Tschau. Gott war das Level. Nervig. Tschau.